Herzlich willkommen zurück zu CakeTV Uncut. Ich habe ja, ähm, ich habe ja, ja, eben gerade, ich weiß nicht, wann das auf Uncut kommt, haben wir auf das Doxing von Shoyoka reagiert und, äh, das Ganze ist noch mal schlimmer geworden. Äh, Shoyoka besteigt den Gipfel der Doppelmoral, wobei, wobei die vorher auch schon sehr weit oben gewesen ist. Aber, ähm, ja, wir gucken da jetzt rein vom Heiligen Ofenkäse und lasst ein Like, Abo da und so und los geht's. Nein, Ofenkäse. Ja, moin moin und meddle, meine lieben Freunde, zum Dragon Lady Monday und heute gibt's noch mal ein richtig schönes Video zu unserer Lieblingsstreamerin Shoyoka, die sich nun richtig ins Fettnäpfchen rein manövriert. Wir haben im letzten Video ja schon darüber gesprochen, dass sie und ASB-Mafia im Moment so ein bisschen im Clinch liegen und sie dann ja die Daten von ASB-Mafia in einem Post auf Twitter veröffentlicht hat, allgemein im deutschen Strafrecht auch als Doxing bekannt, wenn man zum Beispiel einen Namen, der nicht öffentlich ist, verbreitet und ihm damit halt Schaden zufügen möchte und das kann man bei ihrem Tweet ja ganz klar so sehen. Im Übrigen, sie hat diesen Tweet auch immer noch nicht gelöscht, das ist jetzt heute am 28.10. immer noch online. Also weder hat sie's gelöscht, noch hat sie sich von dieser Vorgehensweise irgendwie distanziert. Aber auf jeden Fall war das ja schon eine ganz große Packung Doppelmoral, die wir da im letzten Video aufgearbeitet haben, weil sie nachmittags ja noch meinte, sich vehement gegen Doxing auszusprechen und ein paar Stunden später dann genau das betrieben hat, was sie so verurteilt hat. Und wenn ihr jetzt denkt, das war schon die Krönung der Doppelmoral, oh nein, meine lieben Freunde, wir steigen noch diesen Gipfel ein bisschen weiter hinauf, denn nun ist rausgekommen, woher sie diese Infos hatte, also die Infos von ASB-Mafia und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das setzt dem Ganzen wirklich nochmal die Krone auf. Aber bevor wir damit gleich nochmal anfangen, will ich noch einmal kurz über ihrem Stream am Wochenende sprechen, denn dort hat sie am Samstagabend gestreamt und zwar mit ihrem Moderator Ascaron. Das ist dieser Herr hier, der öfters mal DMC-Strikes für sie rausgegeben hat, in denen er die Adresse... Aber Realtalk, ich dachte, der wäre sau übergewichtig oder so. Also immerhin hat er damit auf jeden Fall aufgeräumt. Ja, sieht halt aus wie jemand, der halt komplett sehr, sehr links ist. Das ist von einer Agentur angegeben hat, bei der er nicht wohnt und bei der er auch nicht verantwortlich ist. Alles ein bisschen shady, wie das da alles abgelaufen ist. Auf jeden Fall war er nun das erste Mal bei ihr auch live im Gast und ich werde euch das Bild mal aus diesem Stream zeigen. Ja, und da sehen wir links die Shuyoka und rechts den guten Ascaron. Und da ich weiß, was nun in den Kommentaren wahrscheinlich stattfinden wird, bleibt bitte fair und beleidigt nicht. Kritik ist immer gern gesehen, aber bitte keine Beleidigung. Ich möchte nämlich auch gar nicht jetzt so über das feministische Aussehen von Ascaron sprechen, sondern über sein Antifa-T-Shirt. Er benutzt diesen Stream halt, um seine politische Haltung auszudrücken. Okay, finde ich persönlich nicht gut, weil das ein Gaming-Stream sein sollte, wo sie halt Geld für Israel und den Gaza-Streifen eingenommen haben, was sie dann gespendet haben, was ich übrigens auch eine super Sache finde. Also davon mal ganz abgesehen, diese Spendenaktion war eine Top-Sache. Aber für mich passt es halt nicht wirklich zusammen, wenn man versucht, seine politische Meinung da noch irgendwie mit reinzudrücken, wenn man Spenden für Opfer sammelt. Naja, okay, meine Meinung. Ja, naja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Zum Beispiel hat Shuyoka auch ein ganz interessantes T-Shirt an. Und auf diesem Bild hier sieht man das nicht ganz so gut, weil sie die Haare über der Aufschrift hat. Aber ich blende euch mal dieses Bild hier ein, wo ihr die Aufschrift besser sehen könnt. Und was seht ihr da? 1-3-1-2 auf ihrem T-Shirt. Mit ihrer Kette noch leicht überdeckt, aber ich glaube, ihr könnt das schon erkennen. Und falls ihr nicht wisst, wofür 1-3-1-2 steht, das steht für die Buchstaben im Alphabet. Also A-C-A-B und das bedeutet auf Englisch All Cops. Also auf Deutsch, alle Polizisten sind B-B-B-B-B. Und das ist meiner Meinung nach schon wirklich unterste Schublade. Die Frau, die ständig Anzeigen gegen alles Mögliche stellt, was ihr nicht in den Kram passt und natürlich gerne auf die Polizei zurückgreift, wenn es um ihre Anzeigen geht, diskreditiert erstmal alle Polizisten landesweit mit so einer symbolischen Aussage auf ihrem T-Shirt. Bezüglich Strafbarkeit möchte ich dir gar nicht... Das ist halt wirklich, also... Es ist halt absolut ekelhaft, vor allem, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Also ich blick's halt wirklich nicht. Ich hab das vorhin auch auf Twitter gepostet gehabt. Und Rick von den Space Frogs hat einfach das hier dazu geantwortet. Polizei kritisieren und trotzdem das Rechtssystem nutzen ist so ziemlich das Normalste, was man machen kann. Was zum Fick laberst du? Also entweder ich bin einfach... Ich bin wirklich einfach unterfickt und geistig behindert. Oder ich verstehe halt die Kritik nicht. Also du nennst Leute B... Beleidigst die einfach komplett. Und das ist auch eine Beleidigung laut dem Strafgesetzbuch. Und er sagt, ja nee, also die kritisiert ja die Polizei ja nur. Also wo ist diese Aufschrift eine Kritik? Digga, also ich verstehe das wirklich nicht. Man muss sich das mal überlegen, wenn ich jetzt das gleiche geschrieben hätte mit alle Ausländer sind B... Dann kann ich ja auch nicht sagen, nein, ich hab die nicht beleidigt. Ich kritisiere einfach... Ich kritisiere einfach nur die Migrationspolitik. Digga, das ist halt... Das ist doch strunzdumm, Digga. Wirklich, ich blick das nicht. Oder ich bin dumm. Das hat auch 550 Likes. Also 550 Likes denken, dass einen ganzen Berufszweig einfach zu beleidigen und jeder, der da drin arbeitet, Kritik ist. Was für Kritik soll das denn sein am Rechtssystem, Digga? Hä? Ey, das ist halt also wirklich... Das Fass aufmachen, weil, soweit ich das mitbekommen habe, verschiedene Gerichte da verschieden geurteilt haben. Irgendwie das Amtsgericht Frankfurt hat das zum Beispiel mal dieses 1312 als Ordnungswidrigkeit eingestuft nach Paragraf 118, Belästigung der Allgemeinheit. Andere Gerichte legen dann sowas wie ACAB anders aus, halt als straflose Kollektivbeleidigung. Aber es kommt halt immer irgendwie auf den Kontext natürlich auch drauf an, wenn Shuyoka sowas im Stream nur trägt und nicht provokativ einem Polizisten diese Aufschrift zeigt, ist das vermutlich nicht strafrechtlich relevant oder eine Ordnungswidrigkeit, so wie ich das jetzt einschätzen würde. Aber wie gesagt, das lassen wir mal weg. Ich bin auch kein Jurist und mir geht es auch gar nicht um das Strafrechtliche. Mir geht es um Soziale und Moralische bei so einer Aussage. Alle Polizisten gleich zu verunglimpfen und zu beleidigen, ist etwas, was für mich absolut nicht geht. Ich habe selber Polizisten im Freundeskreis und die lieben ihren Job und die sind mit Herzblut dabei und ich bin echt dankbar dafür, dass die diesen schweren Job machen, den ich persönlich gar nicht machen wollen würde und dann muss man sich von so zwei Leuten da im Stream, die eine Reichweitenverantwortung haben. Stimmt's, liebe Pia? Das ist doch ein Wort, was du gerne benutzt. Reichweitenverantwortung. Dann mit Antifa-Shirts und Beleidigungen gegen Polizisten und natürlich nicht bestimmte Polizisten, sondern alle Polizisten dann auftreten und das ist meiner Meinung nach etwas, was auch gegen die Twitch-TOS eigentlich gehen müsste. Natürlich ist Shuyoka ja in den Medien als Opfer. Glücklicherweise darf Shuyoka machen, was sie möchte. Bei einer Kampagne geframed und daher wird Twitch da vermutlich sowieso nichts machen. Aber wer solche Aussagen unterstützt, gehört meiner Meinung nach nicht vor ein Publikum von tausenden von Leuten. Denn damit triggert man nur Gewalt und Hass gegenüber der absoluten Mehrzahl der Polizisten in Deutschland. Ja, also jetzt mal wirklich. Ich habe auch ein paar Informationen, die wird auf jeden Fall nicht gesperrt. Das weiß ich auf jeden Fall aus seriöser Quelle. Die kann sich quasi wirklich erlauben, was sie halt möchte. Ja, es ist halt krass. Also ich persönlich bin jetzt auch gegen Sperrungen und so weiter. Und ich finde auch, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und so weiter. Ob sie jetzt für dieses T-Shirt gesperrt werden sollte oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, kann man sehen, wie man möchte. Aber dass sie teilweise da ja wirklich einfach rumbeleidigt und so. Dass sie da wirklich hetzt gegen Leute, dass sie Lügen verbreitet, rufschädigende Äußerungen am laufenden Band macht. Also ganz ehrlich, wenn ich einen so einen Stream machen würde, wenn ich einen einzigen so, wenn ich einen einzigen Stream genau so machen würde, ich wäre sowas von gesperrt auf Twitch und müsste wieder anwaltlich dagegen vorgehen, dass ich hoffentlich wieder freikomme. So, das ist halt, also, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt wirklich einfach nicht. Und ich finde nicht mal, dass sie, wenn auch, permanent sowieso nicht gebannt werden sollte. Da bin ich sowieso gegen. Aber dass sie zumindest mal, keine Ahnung, für eine Woche oder sowas mal ein bisschen klarkommt, das wäre, glaube ich, schon relativ, relativ wichtig. die ihren Beruf gewissenhaft und anständig ausüben. Und solche Aussagen sollten meiner Meinung nach nicht unterstützt werden, schon gar nicht vor so einem Riesenpublikum, was Shoyoka hat. Aber hey, wenn es um die Moralkeule geht, dann ist die Pia immer schnell dabei, andere zu diffamieren, als Bösewichte aus der Drachenbubble. Oh, ich meine aus der... Und sobald man ein Meme teilt, wie das Ellie Greedy ja zum Beispiel gemacht hat, dann isst man ja nur noch Siff. Aber wenn sie selbst abstoßendes Verhalten an den Tag legt und allgemeine Beleidigungen gegen eine ganze Gruppe von Menschen ausstößt, wie in diesem Fall Polizisten, hey, dann ist das garantiert freie Meinungsäußerung. Stimmt's, Shoyoka? Doppelmoral, ich höre dir trapsen. By the way, es gibt auch noch ein Foto von Dave, ihrem guten Freund, der ebenfalls genau das identische T-Shirt anhat, auf diesem Foto, wie Shoyoka hier. Ja, Zufälle gibt's, dass Daves Katzen bei ihr im Stream rumspringen und beide dann auch noch das identische T-Shirt tragen. Aber ist sicher nur ein Zufall und Dave hat das T-Shirt sicher bei dir nur irgendwie vergessen. Ich meine, Dave hat die sicher nur gesteckt, wo er das her hat und dann hast du dir auch eins besorgt. Stimmt's? Naja gut. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Doppelmoral sind, wollen wir doch nun einmal ein bisschen den Gipfel besteigen. Denn wir sind ja mit großen Schritten schon dahinterwegs. Auch wenn ich noch beim letzten Video dachte, wo sie ASB-Mafia gedoxt hat, da sind wir schon bestimmt am Ende angekommen und weiter höher geht's gar nicht mehr hinaus. Oh nein, meine Freunde, da gab es noch ein gutes Stück, was sich nun aufgetan hat und so wie wir unsere liebe Shoyoka kennen, hat sie sich dann gleich auch dahin aufgemacht. Und bei diesem Thema geht's um die NWO. Vielleicht habt ihr mein Video ja zu der NWO-Hausdurchsuchung gesehen. Falls nicht, verlinke ich es euch nochmal oben in dem Video und da geht es nämlich darum, dass die Gruppe NWO als eine terroristische Gruppierung eingestuft wurde und bei Leuten, die denen halt irgendwie zugerechnet werden, Hausdurchsuchung gab. Und ich glaube, es gab auch zwei Festnahmen, so wenn ich das richtig mitbekommen habe. Insgesamt gab es, glaube ich, zehn Leute, die beschuldigt wurden und gegen die ermittelt wurde. Meines Wissens nach, weil diese auf dem gleichen Discord-Server waren und Adminrechte dort hatten und einige Leute dort auf diesem Server wohl Scheiße gebaut haben bezüglich Swatting und sowas. Und nun habe ich damals ja auch schon gesagt, dass meiner Meinung nach nicht Admins dieses Discord-Servers dafür bestraft werden sollten, wenn andere Leute Swatting dort machen. Denn diese Adminrechte kann man bekommen, ohne dass man aktiv irgendwas machen muss. Jeder kann Adminrechte geschickt bekommen, ohne dass man es selber merkt. Und daher sollten diejenigen, die Straftaten begangen haben, klar bestraft werden, ohne Frage. Aber die Leute, die vielleicht mal von irgendwem Adminrechte hingeschoben bekommen haben, sollten nicht für Straftaten anderer haften, wenn man gar nicht belegen kann, dass diese Admins damit irgendwas zu tun hatten. Aber gut, genau deshalb wird ja auch ermittelt und wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Was ich mir jetzt alles so angehört habe, ist das wahrscheinlich eher ein bisschen auf dünnem Eis gebaut. Aber ich gehe stark davon aus, dass von diesen zehn Leuten einige dabei sind, die wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben. Vermutlich sogar die allermeisten davon. Und diese zwei, die auch wirklich in U-Haft sitzen, sind höchstwahrscheinlich, so wie ich das mitbekommen habe, die Leute, die auch wirklich Scheiße gebaut haben. Ja, gut, aber gut, dass der Staat dagegen vorgeht. Das ist auf jeden Fall erstmal dieser Status Quo. Und Shoyoka hatte ja auch öfters mal schon was zur NWO gesagt. Denn laut den Informationen von Kuchenfalls, die Shoyoka vorgelesen hat und verbreitet hat, hatte KuchenTV wohl Kontakt zu einem dieser User, der auf einem dieser NWO-Server gewesen sein soll. Wir hören da mal rein. Hä? Okay. wurde von einem Twitter-Nutzer zum Anlass genommen, öffentlich nach Supermärkten dieser Kette zu suchen, um den öffentlich nicht bekannten Wohnort der Influencerin eingrenzen zu können. KuchenTV-Veröffentlichung? KuchenTV ist Veröffentlichung der Privatnachricht mit der Marke des Supermarktes. Achso, ja, okay, das meint ihr. Kuchenfalls liegen Nachweise dafür vor, dass der Twitter-Nutzer auf dem Discord des treuen Netzwerks NWO aktiv ist. Was eine kriminelle Vereinigung ist, die von der Polizei beobachtet wird, weil sie Leute doxt und Aktionen wie Swatting, Pizzalieferungen und andere Dinge verursacht, von denen einige verhaftet wurden und hops genommen wurden. Die ARD hatte am 4. September in einer Dokumentation über die kriminellen Aktivitäten der Gruppe berichtet. Die Gruppe ist für Doxing, Swatting, illegales Essensbestellungen an Adressen ihrer Opfer und für das Verbreiten von Hassinhalten bekannt. Diese Gruppe steigert das Leid anderer Menschen zur eigenen Unterhaltung. Ja, und das kritisiert hier die liebe Shoyoka, dass KuchenTV zu so jemandem Kontakt gehabt haben soll. Einer von diesen Leuten soll zum Beispiel Karl von der See gewesen sein. Ich muss den Namen ein bisschen umändern, damit hier nicht irgendwelche Wortfilter getriggert werden. Ihr wisst Bescheid, dass es andersrum eigentlich ausgesprochen wird. Aber zu dem kommen wir gleich auch nochmal. Und auch Alpha Kevin hatte sie das ja schon mal vorgeworfen, dass er zu solchen NWO-Accounts Kontakt hat und denen eine Plattform gibt. Aber zu welchem NWO-Account soll ich denn jetzt eine Plattform haben? Also meint die jetzt, dass diese private Nachricht von einem Shoyoka, also von einem NWO-Mitglied gekommen ist oder was? Also ich kann das leider nicht nachgucken, weil bei Instagram ist auch doof gemacht, du kannst Nachrichten nicht suchen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich will die Nachrichten sehen mit dem Inhalt Shoyoka, was es halt vereinfachen würde. Ähm, das geht leider nicht. Sie meint Sekali, aber weil irgendwie, weiß ich nicht, das hat gerade wenig Sinn gemacht, weil ich wüsste nicht, dass ich diese Nachricht von einem NWO-Mitglied bekommen habe. Das war irgendein, irgendein Instagram-Account. Diese als Quelle heranzieht und in seinem Video einblendet. Wir hören da auch nochmal kurz rein. Und wenn Alpha Kevin sich wieder drüber aufregt, dass ich sage, dass ich ihn als eine Gefahr für unsere Demokratie sehe, ich erkläre es dir gerne nochmal in langsam, Alpha Kevin. Wenn du mit einem 100.000 Publikum, das du hast, Siv-Plattformst und Rachenhater-Plattformst und die NWO-Plattformst, die mittlerweile von der Polizei und den Behörden beobachtet wird, weil sie literally Terror betreiben und Swattings auslösen, was lebensbedrohlich für Menschen sein kann. Und wenn du dich an dieser Scheiße beteiligst und das Plattformst und relativierst und wenn du dich dann an Schwurbel gegenüber Öffentlich-Rechtlichen und Zeitungen beteiligst, weil es dir wichtiger ist, dein eigenes Ego und dein Gesicht zu wahren. Also wir können festhalten, für Shuyoka ist die NWO eine Terrororganisation und mit solchen Leuten darf man nicht zusammenarbeiten, sonst ist man ihrer Meinung nach wie Alpha Kevin oder KuchenTV demokratiegefährdend. So, und nun können wir auch mal auf das Doxin von ihr zurück. Meli, danke schön. Ich habe ja gerade eben schon einmal über Karl von der See gesprochen, als jemand, der von Shuyoka ja sehr negativ gesehen wird, wie wir ja gerade auch mitbekommen haben. Er ist ein User, der aber auch schon sehr lange in vielen Bereichen dabei ist, auch mal im Drachengame, aber da halt nur weniger. Und er soll wohl einer dieser Admins von diesem Discord-Server gewesen sein, auf dem Scheiße gebaut wurde. Dazu kann ich euch mal gleich meinen Wissensstand weitergeben. Soweit ich weiß, hat Karl niemals irgendwelches Swatting betrieben, Leuten irgendwie Pizza bestellt oder sonstiges strafrechtlichst damit zu tun gehabt. Er ist halt im Kreis der Verdächtigen, weil er Admin war. Ich weiß persönlich natürlich selber auch nicht, was auf diesen Servern alles abgelaufen ist, aber das, was ich von betroffenen Leuten halt alles so gehört habe und auch mit Leuten, die halt viele Sachen in diesem Bereich kennen, war Seekal niemand, der aktiv irgendwie sowas gemacht hat, was irgendwie strafrechtlich relevant ist. Aber, da er auf diesem Server war, ist er zumindest für Shuyoka ein Terrorunterstützer und ein böses NWO-Mitglied, dem man keine Plattform geben sollte. Wie wir ja gerade bei Alpha Kevin zum Beispiel gehört haben. Und um jetzt mal die Brücke zu schlagen, woher Shuyoka denn die Daten von ASB-Mafia hat. Ja, dreimal dürft ihr raten. Ja, ganz genau. Von Karl von der See. Um das mal wirklich allen klar zu machen. Denn Karl von der See hat das auch auf Twitter geteilt, weil ihm das komplett gegen den Strich geht, was ich verstehen kann, wie das jetzt hier abgelaufen ist. Und ich erkläre euch das nochmal. Er ist selber kein Freund von ASB-Mafia und als ASB-Mafia mehrere Posts auf Twitter Äh, als der Typ einen auf Psycho gemacht hat, hab ich Askaron von mir aus gefragt, ob er seine Daten braucht für Anzeigen oder so. Gleichzeitig benutze die Daten zum Doxen. Für das Abzählen von Buchstaben werde ich nun angeprangert. Es gab, by the way, nie ein Danke fürs Helfen. Mega Junge. Askaron, sehr netter Typ. Äh. Der abgesetzt hat von wegen, ja, ich finde dich Shuyoka oder ja, ich bin auf dem Weg nach Berlin Shuyoka und solche Sachen hatte er Askaron angeschrieben, also Shuyokas Mod, den wir ja gerade schon im Antifa-Shirt gesehen haben und hat ihn gefragt, ob er ihm den Namen von ASB-Mafia geben kann, damit die eine Anzeige zum Beispiel machen können, falls sie sich da irgendwie bedroht fühlt, also Shuyoka. Daraufhin hat Askaron geantwortet, ja, das wäre ganz nett. Askaron hat dann die Daten bekommen, hat die dann Pia weitergegeben und was macht die liebe Shuyoka mit diesen Daten, die doch von diesem bösen NWU-Mitglied kommen und eigentlich für eine Anzeige gedacht waren, also nur für sie persönlich? Sie doxt ASB-Mafia auf Twitter und twittert seinen Echtnamen, berufliche Daten und das Land, in das er hingezogen ist. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen. Shuyoka bekommt von Karl von der See die Echtdaten für eine Anzeige, weil er der Meinung ist, ach, Digga, das muss an sich halt, das muss an sich, das ist halt, also, ich weiß auch nicht, ich weiß auch wirklich nicht mehr, was man zu Shuyoka da sagen soll, wirklich, das ist halt, also das ist wirklich, das ist schon wirklich der Gipfel der Doppelmoral, würde ich sagen. Also sie framet diese Leute irgendwie als Terroristen, ey, dann darf ich jetzt ja doch sagen, dass sie mit Terroristen zusammenarbeitet. Ja, weil nach ihrem Warding sind das ja, sind das ja Terroristen, also hat sie jetzt ja eigentlich faktisch gesehen mit Terroristen zusammengearbeitet oder sehe ich das irgendwie falsch? Ja, Digga, siehste, kann ich das doch wieder im nächsten Video droppen, Digga, perfekt Glück gehabt. So, aber das muss man sich mal überlegen, also sie kriegt diese Daten ja erstmal für eine, für eine ganz andere Sache, aber von diesem NWO-Mitglied, was ja vorher immer, U redet nicht mit denen und die sind ganz böse und die werden von der Polizei beobachtet und was weiß ich nicht alles und dann hast du halt nichts Besseres zu tun und dann hast du halt wirklich nichts Besseres zu tun als, ähm, als Daten von diesen Leuten dann anzunehmen und die auch noch öffentlich zu nutzen, die nicht mal für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind, ne? OSB-Mafia geht mit diesen Sachen und dieser Verfolgung da in Berlin zu weit. Sie benutzt die Daten dann aber noch für ein öffentliches Doxing, was immer noch online ist auf ihrem Twitter-Profil und gleichzeitig macht sie ein paar Stunden vorher so Aussagen wie man darf den NWO-Leuten keine Plattform geben und prangert das an, dass ein Alpha-Kevin und Kuchen-TV demokratiegefährd sind, weil sie mit Leuten wie Karl von der See Kontakt haben und dann benutzt sie selber die Daten, die er ihr gegeben hat und das nicht mal für den Zweck, weswegen er ihr die gegeben hat, sondern auch für Doxing. Ja, meine lieben Freunde, als ich das mitbekommen habe, also, ich habe wirklich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Shuyoka kritisiert Buchstaben, wo irgendwelche Wörter vorgelesen wurden in Verbindung zu Shuyoka und für sie ist das dann als Demokratiegefährden eingestuft und NWO, SIF und rechtsextreme Twitter-Bubble wird dann geframed und sie sagt dann ja auch noch, die betreiben literally Terror. Und was machst du dann, liebe Shuyoka, mit Hilfe dieses Menschen, den du gerade vorher beleidigt und geframed hast? Dockst du ASB-Mafia? Das ist wirklich an Doppelmoral nicht mehr zu überbieten. Da ist halt so viel Doppelmoral drin, es ist halt, ich weiß auch, also, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das muss man sich wirklich mal überlegen, da ist ja wirklich, also, der hat sich ja an gar keine Maßstäbe in dieser Aktion gehalten, die sie selber für andere setzt, sondern noch drei oder vier gebrochen ist. Es ist wirklich, also... Askeron arbeitet halt in diesem Fall mit genau dem Twitter-Nutzer zusammen, den Shuyoka vorher kritisiert hat. Und hey, wenn es um Daten geht, die Shuyoka helfen, ja dann ist das natürlich alles kein Problem. Und nicht nur, dass sie auf diese Daten gerne zugreift, weil es ihr gegen ASB-Mafia hilft, nein, sie nutzt die Daten dann auch nicht nur für ihre Anzeige, sondern sie dockst den halt auch noch und das öffentlich im Internet. Das ist alles so bekloppt, man kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Aber man kann Shuyoka ja gerne mal fragen, wieso sie denn auf Hilfe von diesen NWO-Accounts zugreift, die sie doch vorher so verteufelt hat. Doppelmoral, liebe Pia? Oder wieso sie denn diese Daten auf Twitter dockst? Doppelmoral, liebe Pia? Das, was du einem KuchenTV und Alpha Kevin vorwirrst, dass sie von diesen Accounts, die du in diese NWO-SIF-Schiene schiebst, Infos erhalten und sie das als Quelle für ihren Content nutzen, ist genau das, was du nun hier gemacht hast mit diesem Docks von ASB-Mafia. Sogar noch schlimmer, Alpha Kevin und KuchenTV machen nämlich kein Doxing oder sowas, sondern die... Vor allem, wir haben auch nichts mit diesen Accounts zu tun. Weißt du, das Ding ist, also kann sein, dass man vielleicht mir irgendwie einen Beitrag geteilt hat oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, wer da drin ist. Ich hab mit der NWO nichts zu tun. Dementsprechend weiß ich auch nicht, wer sich jetzt da irgendwie zugehörig fühlt oder wer da jetzt irgendwie allgemein drin ist oder so. Keine Ahnung, das weiß ich alles nicht. Ja, es ist halt, also es ist, ach der echt, es ist halt für mich wirklich, es ist für mich wirklich unverständlich, sag ich euch, wie es ist. Besprech nur diese Aussagen von diesen Leuten auf Twitter. Du könntest jede Woche gefühlt drei Videos über Schülker bringen, wenn du alles verfolgen würdest. Ja, aber alles verfolgen ist halt, also Digga, dann postest du den Namen, der nicht öffentlich war auf Twitter und kümmerst dich dann auch gar nicht darum, wenn man dir sagt, das ist Doxing und das solltest du vielleicht mal lieber löschen. Ich bin ja für ihren Streaming generell gesperrt, aber wenn jemand mal eine Möglichkeit hat, dort zu schreiben oder ihr diese Nachricht zukommen zu lassen, mich und ich glaube auch ganz viele anderen würde, dass wir die brennend interessieren, wie sie sich denn aus dieser Thematik rausreden möchte. Denn wenn man deinen Maßstab ansetzen will, bist du nicht nur am Doxen, was du vorher halt verurteilt hast, sondern bekommst deine Infos, die du für diese Straftaten nutzt, auch noch von Accounts, die du in eine terroristische Ecke schiebst und Leuten vorwirst, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, was du aber ebenfalls selber machst. Also meine liebe Pia, ich bin gespannt, ob du nun den Gipfel der Doppelmoral erklommen hast und ich kann jeden Zuschauer von ihr nur anraten, sich einmal ein Bild zu dieser Person zu machen, wie sie in ihren Streams redet und wie sie dann in Wirklichkeit sich aber verhält. Weil wir können an diesem Beispiel hier richtig gut sehen, das sind zwei verschiedene Personen, die eine Moralvorstellung haben, die weiter entfernt ist als ein Reini von seiner erfolgreichen Streaming-Karriere. Sprecht sie gerne mal auf ihre Doppelmoral an, denn ich bin wirklich gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Im Grunde gehe ich davon aus, dass sie sich rausreden wird, so Whataboutism mäßig oder sowas, oder halt das Thema vielleicht auch ganz verschweigen wird und gar nicht darauf eingehen wird. Ihre Mods sind ja immer recht schnell, kritische Fragen wegzulöschen. Aber ich komme da wirklich nicht drauf klar, wie krass diese Kluft zwischen moralischem Anspruch und moralischer Wirklichkeit bei Pia liegt. Da war selbst... Ja, und das ist halt nur ein Beispiel von wahrscheinlich tausend, die es halt gibt, davon mal ganz abgesehen. Also das ist wirklich... Ich habe auch das Gefühl, dass es bei ihr immer schlimmer wird. So eine Aktion von einem Jahr, hätte ich wirklich gedacht, so boah, Alter, was geht jetzt ab? Aber jetzt denke ich mir auch so, ja, es war halt klar, dass es irgendwann so kommt. Unser Reini nicht so extrem und ja, der hat ja auch einiges an Doppelmoral hinbekommen. Aber Pia schießt hier wirklich den Vogel ab. Na, ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Wir lassen uns mal überraschen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderbaren Start in die Woche und sobald es etwas Neues gibt, werde ich es natürlich wissen lassen. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann weiter dabei rauskommt. Müssen wir mal gucken. Ja, also... Tja, Digga, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich... Es ist wirklich einfach der Gipfel der Doppelmoral. Man kann es halt wirklich nicht anders sagen, ne? Ja, naja, gut. Müssen wir mal gucken. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das Schöker-Thema wird uns ja generell noch sehr lange... Wird generell noch sehr lange am Start bleiben, so, ne? Gucken wir mal. Naja. Ja.